Stolz bin ich auf den Lastwagen, den ich hier gemacht habe, weil es von Anfang an dabei war. Es gab sehr viel Arbeit. Es war sehr interessant, so ein Projekt zu machen. Es gibt sehr viel Aufwand, um das zu machen. Und wenn man am Schluss sieht, was man erreicht hat oder hätte machen können, mit all diesen Leuten, die daran gearbeitet haben, braucht es sehr viele Leute für das, macht es sehr Freude, das so anzuschauen. Stolz bin ich vor allem auf die Bilder. Die Bilder sind sehr gut gemacht, aber eigentlich auf das ganze Fahrzeug. Ich finde es super, wie es herausgekommen ist. Der Detail, das gefällt mir sehr gut, sind die verschiedenen Sachen, wie mit dem Boxseil vorne an der Front oder auch hinter der Rückwand, die eigentlich wirklich themabezogen ist, die wir gut einbringen können. Wie im Innenausstattung auch einfach so ein paar Sachen sind, die mit dem Boxen etwas zu tun hat, das gefällt mir sehr gut. Ich werde in Zukunft sicher wieder Scania kaufen und vorwiegend V8. das beste Produkt auf dem Markt ist. Und am liebsten fahre ich mit Scania. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.